Ich bin da, meine Haare, meine Haare, meine Haare, ich bin zum zweiten Mal mit dem Kicktevic, Fickte, Kicktevic, Kicktevic, Kick, Fick, nee, Kicktevic, ich bin mit dem Kicktevic zum zweiten Mal mit dabei als Fotograf und ja, es ist gewaltig, die Landschaft der Hand. Und wie lange machst du eigentlich schon Fotografien? Erzähl mal, wie bist du zum Frieskien gekommen? Zum Schiffon.